Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und in die große weite Welt. Heute gibt es wieder ein Flying Heart Tarot, eine Tagesanergie aus diesem Deck. Und ich bin am mischen. Und schauen wir mal, was uns dieser wunderbare Tag... ...an Energie so bringen mag, die Luft 3, ohne Regeln. Na, sowas. Ohne Regeln. So. Luft 3. Spielst du Schach mit einem Meister, brauchst du viel Humor. Nur ein Augenblick der Unachtsamkeit und dein König verliert seine Unterhose. Das sieht man hier. Respektlose Meditation. Spiele Schach mit einem unschlagbaren Meister. Wird dein König ernsthaft bedroht, so atme tief, nimm dir Zeit und ändere deine Sitzhaltung. Indem du die klassische Yoga-Position 108 einnimmst. Sie heißt der lachende Frosch. Jetzt müsste eigentlich die Zeit stillstehen. Wenn nicht, wirf die Schachruhe aus dem Fenster und beiß dir auf die Zunge. Und das entspannt das erste Chakra. Vergiss nicht, du hast dir deinen Gegner selbst ausgewählt. Soviel zu heute. Sat Nam. Sat Nam. und